Ach, da versteckt er sich hinter der Bank. Wolli, du brauchst dich doch nicht hinter der Bank verstecken mit deinem schönen Anzug. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny & Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir wollen jetzt mal diese Herausforderung hier machen. Glaube, Vertrauen und Pixelstaub. An den Namen Pixelstaub muss ich mich erst noch gewöhnen. Und ja, wir versuchen jetzt mal hier es allererste Mal Dream Snaps zu machen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss einfach gucken. Ich bin dumm. So, jetzt. Komm, Wolli. Wir wollen jetzt diesen Quest machen und das allererste Mal dieses Dream Snaps hier. dann auch verwenden. Wow, schüttelt der sich da jedes Mal? Komm, Wolli. Jetzt lass uns mal hier das ausprobieren. So schwer kann das nicht sein. Schöne Blumen sammeln. So. Weg machen. Wo kommt das Ganze hier? Diese ganzen Nachttagen. Weg damit. So, komm, Wolli. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das geht. So, wieso steht denn hier eine Kiste? Steht er immer in der Kiste? Ehrlich? Ja, anscheinend. Okay. So, jetzt lass uns mal gucken, wie die Aufgabe heißt. Glaube, Vertrauen und Pixelstaub. Vanellope braucht deine Hilfe, um ihren Glitch zu reparieren. Du hast sie flackernd im Traumschloss gefunden. Ja, im Herzen von Disney Dream Light. Ganz oben. Und sie braucht jetzt meine Hilfe. Oh, meine Hilfe! Um endgültig ins Tal anzukommen. Okay. Nimm an der Herausforderung von Stream Snaps teil. Okay, das machen wir jetzt mal. Nimm ein Foto mit den Anforderungen auf, die du im Menü findest. Okay, ich schau mir das jetzt mal an. Also hier steht Verspielt Vertraut Ich verstehe das nicht ganz, was damit gemeint ist. Empfohlen ist aber Modern und Ralf reicht's. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen interessant. Okay, also. Das ist empfohlen. Also gut, dann sind wir jetzt hier natürlich total falsch. Wir müssen natürlich jetzt das allererstes Mal zu Dagobard. Zu Mr. Scrooge. So mach ich das ab jetzt immer. Ich geh also jetzt erstmal zu Dagobard. Weil ich brauche die entsprechenden Ich geh mal hier rein. Der kleine Racker geht vor. Wie er sich freut. Jawohl. So. Wo ist Wally? Wow, hat er lang gebraucht. Okay. Ja, manchmal bleibt er ein bisschen hängen. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt gehen wir mal hier rein. Seinen schönen Tag noch. Hi, Scrooge. I would like to buy some things. Möbel. Alles. Filter. Modern Und Ralf Reichts. Das geht gar nicht, ne? Das ist doch modern, oder? Es gibt aber kein modern. Nobel. Einfach. Ruhig. Verspielt. Wundersam. Vertraut. Ach, hier unten. Modern. Okay. Und Ralf Reichts. Okay. Ihr seht das jetzt hier nochmal. Ralf Reichts und modern. Das sind die Filter, die gewünscht sind. Jetzt kann ich es sehen an den Zahlen. Okay, die habe ich alle. Da fehlt mir nichts mehr. Kann ich gar nicht kaufen. Okay. Nachdem ich das jetzt gemacht habe. Also wenn jetzt was gefehlt hätte, hätte ich das gekauft. Gehen wir jetzt mal dahin, wo wir hinwollen. Komm, Wally. Und dann versuchen wir jetzt mal, was Schönes zu bauen. Okay. Also ihr seht, man kann jetzt viel, viel, viel länger gleiten. Das ist unglaublich. So. Na dann gucken wir mal. Schon lang nichts mehr gebaut. Das ist das Brauma am Boden. An Boden. Okay, da kann ich das hier nehmen. Beziehungsweise gibt es dafür auch einen Boden? Das gibt es bestimmt nicht, oder? Es gibt doch für Ralf Reichts und für modern kann Boden, oder? Modern. Ja, gibt es kann. Okay. Das heißt, ich muss jetzt die Filter wieder wegnehmen. Ich glaube, die sind jetzt weg. Ist da irgendwas eingeschränkt? Nö. Naja, was ist ein heller Marmorboden? Ehrlich? Wow. Gefällt mir. Okay, was nehmen wir denn? Das andere ist alles so unglaublich gescheckt. Ach, du meine Güte, das kannst du ja alles nicht nehmen. Da kriegst du ja Augenkrebs. Okay, nehmen wir den Marmorboden. Okay, so, da haben wir schon mal einen schönen Marmorboden. So, jetzt brauchen wir mal anständige Türen. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Auswahlen. Auswahlen? Auswahl? Gibt es sowas wie Tür hier? Fenster sehe ich hier. Dekor, Geräte, Lager, Betten, Elektro. Es gibt keine Türen. So gesagt, wieso gibt es keine Türen? Okay, da muss man, glaube ich, die Tür selber anklicken. So, was schaut es denn mit Tapeten aus? Müsste ich jetzt hier theoretisch jedes Mal reingehen? Ja, in Ralfreichs und in modernen. Gibt es Tapeten mit der Auswahl? Nein, gibt es nicht. Okay, dann gehe ich hier wieder rein. Was machen wir denn? Machen wir es weiß? Oh mein Gott, nee. Naja, schau da nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall schon mal besser wie dieses. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ach, da schau her, die muss man kaufen. Okay, das musste ich nicht. Okay, hier muss man, alles muss man hier kaufen. Das ist ein kapitalistisches Spiel. Naja, komm, dann machen wir halt hier mal so. Okay, okay, so. Naja, ist das irgendwie hier, ein bisschen so. Erstmal ein Bettchen. Dann, haben wir hier gleich mal was oben drüber. Ja, das ist knuddelig. Dann machen wir hier ein bisschen was zum Entspannen. So, da kannst du wunderbar schlafen. Was haben wir denn da noch? Naja, Tisch haben wir keinen, Nee, die Pixelfenster wären nicht schlecht. Da habe ich aber leider nur zwei. Die schauen ja scheußlich aus. Ja, nee, die fallen mal nicht. Ja, Hockey. Kronleuchter. Oh, der ist aber schön, der Kronleuchter. Der macht. Wie viel von den Kronleuchter haben wir denn? Vier. Wow. Kommen denn die vier Stück her? Naja, okay, vier, das würde schon passen. Da, einher. Oh, das ist, oh, das ist aber scheit hell. Ja, das ist aber scheit hell. Ja, das ist aber noch einher. hier vielleicht noch einher. Nee, ich würde nur zwei her machen. Das langt vollkommen. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch hier? Nee, 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 nee. Irgendwas brauchen wir jetzt noch, was wir so reinstellen können. Ja, okay, ist ein bisschen groß. Hier, sowas, kann ich sowas draufstellen? Das kann ich gar nicht draufstellen. Okay, lassen wir es. So, wir versuchen jetzt mal hier ein Foto zu machen. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wie das gehen soll. Ja, wir gucken mal. Ich nehme mal ein Foto auf. Tee ist einreichend. Das Bild wurde eingereicht und du hast 50 Pixel Staub erhalten. Für zukünftige Herausforderungen werden wir dir Belohnungen... Ja, da glaube ich nicht, dass ich da irgendwie... Okay. Okay, das war's. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Sprich mit Vanillopee im Traumschloss. So, Ladies and Gentlemen. Jetzt haben wir also hier tatsächlich das geschafft. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut reingekriegt. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Und, ähm, ja, jetzt gehen wir mal hier rein. ich habe es geschafft. El, ich gehe jetzt da mal rein. Komm, wir gehen jetzt mal ins Traumschloss. Hui, war das jetzt schwer. Jetzt gehen wir mal rein. Ja, da kommt er angeschossen. Ja, da kommt er angeschossen. So, dann gehen wir mal ins Schloss und dann schauen wir mal, was Vanillopee so sagt. Das war jetzt sehr anstrengend, Leute, das zu machen. Wo ist Wolli? Oh, wo ist Wolli? Ah ja, also komm, reingehen. Mal gucken, was Vanillopee sagt. Endlich. Ja, komm, gehen wir mal drauf. Schauen wir mal, was er sagt. Ui, da ist der kleine Racker. Ach Gott. Ach Gott, ist er goldig. Oh, du bist zurück, um ehrlich zu sein. Die Chance, die wir standen für mich bei 50 zu 50. Nein, nein, ich hätte dich nicht in den Stich gelassen. Ich war damit beschäftigt, das Netz zu testen. Ich glaube immer noch, dass du vielleicht dein Geist bist. Ich kam so schnell zurück, wie ich konnte. Ja. Ach Gott. Oh, du bist ein echter Freund. Danke. Natürlich bin ich ein guter Freund. Als du das Foto ins Netz gestellt hast, habe ich überall um mich herum dieses, diese pixeligen Staub Bits gesehen. Als ich eines von ihnen berührte, war ich wieder stabil. Nur für eine Sekunde. Staub Bits. Ich weiß schon, wo ich hingehe, wenn ich nicht hier bin. Wo denn? Och Gott, wie so schade. Ich bin in andere Dreamlights Valleys gerutscht. Ehrlich? Es gibt jede Menge Dreamlight Valleys und Träumer. Sie sind alle miteinander verbunden. Das ist das Netzwerk, in dem ich mich bewege. Wow. Das möchte ich auch mal erleben. Das ist wirklich das coolste, was ich je gehört habe. Ultracool mit Schlagsahne und Schokostreusel obendrauf. Oh, das klingt lecker. Jetzt, wo ich überall war, weiß ich, dass dein Teil das ist, in dem ich abhängen will. Ui, Dankeschön. Ich brauche nur etwas, wie ich ankommen kann. Wie hat Tammy dieses Ding in Heroes Tutie genannt? Ein Leuchtfeuer. Richtig, ja, das waren die Leuchtfeuer. Nils, mach mir ein Leuchtfeuer. Dann kann ich aus dem Netz aussteigen. Du weißt schon, etwas, das mich wirklich anspricht. Etwas, das sich wie ein Zuhause anfühlt. Platzierte Vanillopies Haus ins Dorf. Wie mache ich das? Okay, das machen wir. Ja, aber wie? Okay, komm, Wally. Ach Gott, wo soll ich denn der Haus hintun? Das heißt, wir müssen der Haus gar nicht kaufen? Doch, oder? Hä? Okay, ich bin etwas verwirrt. Ja, da würde ich sagen, gehen wir an den Strand, oder? Komm, Wally! Gehen wir mal an den Strand, liebe Gaming-Freunde. Aber wir haben gar keinen Platz am Strand. doch hier, ich müsste mal wissen, wie das ausschaut. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich muss, ah, die hier müsste ich, wisst ihr was, dann mache ich die Dinger hier weg. Dann mache ich die hier weg, gebe ich die wieder zurück und dann kommt da ihr Haus her. Sonst wird es echt schwierig. Wir machen es hierher. Erstmal zur Not. Wie schaut denn ihr Haus aus? Das ist ja riesig. Okay, oh, weia. Okay, dann, ja, okay, das wird schwierig. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal in die Karte. Da muss ich erst Platz machen und der einzige Platz, den ich momentan habe, der ist hier. Ladies and Gentlemen, oh, ich freue mich so von Lillopis Haus. Mein Gott, wie schaut es hier denn schon wieder aus? Bist mal zwei Tage nicht hier, na? Okay, räumen wir das hier mal weg. Machen wir hier mal Platz. Okay. Machen wir hier mal Platz, Platz, Platz. So, Vanellope, Glaube, Vertrauen und Pixels Staub, meine Damen, meine Herren, liebe Gaming Freunde, ja, haben wir es tatsächlich geschafft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das hier weg? Machen wir das hier weg? So, dann haben wir hier erst mal Platz. So, Woli, ja, ich bin so aufgeregt. Ja, ich glaube, hier ist genau richtig. Hier ist genau richtig, das passt zu ihr. Es war ein bisschen kalt hier oben, aber sie kann ja jederzeit in die Wärme rein. Woli, ein neuer Gast ist da. Da mache ich das genau hierher. Ja, gut gemacht. Benutzt er das Schild? Um es auszubauen. ich bin so aufgeregt. Vanillope. Sei gegrüßt, Nachbar. Hallo, Dagobert. Das kleine Mädchen, das ich im Schloss gesehen habe, war also gar kein Geist. Nein, Dagobert. Dann sollten wir ihr am besten ein schönes Zuhause bauen. 4.000 so billig. Vanillope, nun, ich kann es kaum erwarten, das Mädchen persönlich kennenzulernen. lustig. Hi, Silvanillope, willkommen. Hi. Wieso macht er denn kein Foto? Wow, da ist sie. Ich hab sie. Hi, Vanillope von Schweetz. Hui. Ich bin da. Hoodie doody do. Danke, Nils. Danke, danke, danke. Oh Gott, ist sie guldig. Mein Glitch ist wieder unter Kontrolle und ich bin bereit auf Entdeckungsreise zu gehen. Man sieht sich. Ja, ich hab's geschafft. Sie ist da. Oh Gott, ist sie guldig. Gleich mal reden. Oh Gott, ist sie goldig. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hi, wo willst du hin? Ich habe etwas für dich. Habe ich etwas für sie? Nein. Okay. Ich weiß, mir ist jetzt nur noch Slaughter Race wichtig, aber ich habe irgendwie von einem neuen süßen Go-Kart geträumt. Wie soll ich es deiner Meinung nach nennen? saurer Flitzer Zimtwelle. Zimtwelle. Schnell geschmeidig pebbig. Ich liebe es. Ja, gut gemacht. Okay, hoffentlich bleibt das nicht so dieses Glitschen. Muss ich hier noch die Geschenke bringen? Was will sie denn haben? Okay, einmal will sie Rohkost. Rohkost. Dann Maki und blaue Passions Lilie. Okay, das machen wir im nächsten Teil. Das war ein ziemlich langer Teil. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, ich brauche das zweite Level. Ja, gut, machen wir. Machen wir alles im nächsten Teil. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo da und wir sehen uns in einen der nächsten Aufgaben wieder, wenn es wieder heißt, ja, Disney Dreamlight Valley. Dankeschön. Tschüss!